Hallo Leute, hier ist wieder der Xie und es geht weiter mit Mega Man 3. Wir sind kurz vor dem finalen Kampf gegen Wily. Mal wieder. Und ja, die Waffenenergie ist alles voll. Und ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Für die erste Form habe ich jetzt schon eine Taktik, beziehungsweise ich weiß ja, welche Waffe effektiv ist. Ach komm schon. Das könnte ziemlich arg werden, ohne Energietanks. Ich sehe halt auch überhaupt keine Schwäche bei der zweiten Form. Wie? Moment mal. Ach, ich steuere die selber quasi noch. Ach so. Ja, ist ganz toll, wenn ich hier in der Ecke festsitze. Ja, Dr. Wily. Schade, dass in diesen Fragezeichen Tanks keine E-Tanks drin sein könnten. Wäre hier echt nützlich. Die erste Form ist überhaupt kein Problem. Schießt einfach nach oben, mein Gott. Aha, okay. Ey, wie langsam willst du eigentlich das jedes Mal machen? Ja gut, mein Emulator verarscht mich natürlich auch noch zusätzlich. Das muss man dann auch noch dazu nehmen. Ja, continue. Ich habe keinen Bock, das ganze Schloss nochmal zu machen. Wie gesagt, wenn da keine Energietanks drin sein können, dann wird das jetzt ziemlich, ziemlich schwer. Wenn die Magnet Missiles tun würden, was ich ihnen sage, dann wäre ich auch schon mal ein bisschen glücklicher. Das ist ja. Ja, toll. Jetzt ist es schon wieder relativ... Jetzt kann ich es schon wieder ziemlich vergessen. Ja, weil die Magnet Missiles einfach mal eben ihre schöne, besondere Fähigkeit nicht ausnutzen, dass sie dem Gegner folgen. Würden sie das tun, wäre der Boss ziemlich einfach. Und wieso ist der... Jetzt aber nicht mehr. Vorhin hatte ich das Gefühl, der Boss wird sich schneller bewegen. Natürlich drehst du dich nach links Megaman. Moment, ich habe die Lösung. Das war's aber noch nicht, oder? Ah, so, positioniert. Ja. Das war so klar. Da kommt noch ein Level. Aber, dass der Ratchet so gut hinhaben würde. Hammermäßig. Ja, okay, Leute. Ich bin der Xie. Beim nächsten Mal erledigen... 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 Erledigen. Entschuldigung. Wir Wily zum hoffentlich endgültig letzten Mal. Ich bin der Xie. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020